Am infizie Da geht's Hey, liebe Mann! 3, 2, 1! Geh-eht-dick's, mal Geh-eht-dick's Geh-eht-dick's, mal Geh-eht-dick's Am infizie Da geht's Da geht's Da geht's Ganz am HP doch noch fast Es geht'm It's Aber es geht'm Ich hab' den Schiffen für den Passant, ich hab' alles mit mir hier begonnen, und meistens immer noch nichts. Ich bin völlig fertig, so bestimmt, denn hier hat alles zu dir. Doch der Himmler schönes ist, und der Arminleiter ist nicht. Ja segundos, hier ist Hamburg, die Rede sind's und die Lä稀 cemetery. Jetzt, damit, man! Können wir her so하는, also wir eben ja natürlich hat들을. Ich bin völlig fertig, ich bin völlig fertig, ich bin völlig fertig, sind fast alle. Wenn die Show losgeht, die Engel singen, wenn Berlin durchschnitt! Die Show war echt schön, die Engel singen, wenn Berlin durchschnitt! Die Engel singt, die Engel singt, die Engel singt! Die Engel singt, die Engel singt, die Engel singt, die Engel singt! Die Engel singt, die Engel singt, die Engel singt! Danke, danke, tschüss! Die Engel singt, die Engel singt! Die Engel singt, die Engel singt, die Engel singt, die Engel singt, die Engel singt! Hallo! Nicht auflegen, bitte! Ja! Ich sag sofort meinen Namen! Warte, ich bin Oliver Pogba! Ja! Warum haben Sie mich da aufgelegt? Na, ich dachte, das ist eine Karte! Entschuldigung, würde ich Sie verarschen? Entschuldigung! Natürlich würde ich das nicht! Nein, wir haben hier wirklich gerade deine Freunde mit bei Ihrem Programm. Wir sind gerade in der Autofölz in Berlin und es wäre super, wenn du noch hierher kommen könntest und dass wir dir glauben, dass du eine Maseuse bist, nimm doch deine Massagebank mit! Und jetzt, da komme ich nicht dran! Kriegst du das hin? Nein, das krieg ich nicht hin! Okay, lass die Massagebank wegkommen, einmal so vorbei! Vielleicht würde ich doch meine Freunde mal anrufen! Warte! Warte, 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 warte Komm! Keine Angst, wir zeigen jetzt sehr lange auf! Wir sind lange... Hä, jetzt sind wir ja auch... Wir proben doch noch! Jetzt kommt gefälligst vorbei, wir machen das noch, wir zahlen hier auf das Taxi. Ich krieg das Taxi bezahlen, komm her! Und du kriegst ne Massage! Nein! Oh! Hallo! Ich bin glücklich, Oliver Pochner, wir... Ja, ja, doch! Was? Wir haben nach oben wie größer, als du dich fahren musst! Mit ne Taxi, alle Leute einschreiten und zu überwärts kommen! Hallo! Pass auf, ihr könnt mich auch nach Polen dazu gleich, ja? Was, bitte? Das wär doch besser! Das wär noch besser! Ach, es wär noch besser, wenn wir dich abholen würden! Ja, das wär super! Okay, pass auf, ich hab mal kurz auf lautlos, sag mal, wo du holst! Ist das jetzt? Ja, ja, ich hab... ich hab... das kriegt keiner mit... Ja, wo brauchst du denn? Ja, sag doch, dein Adresse! Hallo? 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 Wer fehlt jetzt eh raus? Jetzt sag doch, wo bist du? Möchtest du vorbeikommen, dann sagst du, wir zahlen dir, wir geben dir 20 Euro, 50! Ja, das ist 50! Was? Das ist teurer! Was? Das ist teurer! Okay, pass auf! Du scheinst ja selber Zeug von dir zu sein! Wie viel Geld würdest du haben wollen, dass du mir jetzt herkommst? Was? Äh... Ich glaub... Ich weiß jetzt nicht, ich und mich wissen, wer ist hier jetzt? Dann kommt es auch an, dass ich jetzt deine Verrate... Was bitte? Es kommt drauf an, dass ich jetzt deine Verrate... Wenn ich da einfach in Ruhe sitzen kann, schön! Ja, du kannst hier ganz in Ruhe sitzen! Was bitte? Aber nicht ganz auf der Tür, ich muss da ganz in Ruhe sitzen! Du sitzt ganz in Ruhe und musst bestimmt nicht... ...auf die Bühne! Ja, du kannst nicht... Höh? Ich hoffe nicht! Nein, natürlich nicht! Also, ich würde mich jetzt nicht passen, hier oben von Kutube! Das ist echt schön! Das ist kein Spaß! Wir wissen... Wenn ich da hart wäre, ist das los! Nein! Du bist nicht verarscht! Oliver Korra ist hier! Wir zeigen das Ganze gerade aus! Du bist auf jeden Fall gleich da! Und wir freuen uns gleich wieder darüber! Du bist nicht verarscht! Du kannst eine Freundin gerne noch mal versuchen zu erreichen! Solange sie nicht die Plastiktüte über dem Kopf hat! Also! Dann freuen wir uns auf dich gleich hier in der Halle! Ja! Eigentlich sollte ich mal Arbeit vorwasch für Kaffee spielen! Ja! Da ist dir irgendwas von anderthalb Tonnen rausgefallen! Ja! Ich glaube, ich hab's gehört! Das ist korrekt! Ich hab's gehört! Das ist korrekt! Er sagt, er findet dich sehr gut! Ja! 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 Ja klar! Ich möchte heute hier mit den Leuten meinen größten HipHop offen mit aller Zeiten feiern! Für wirklich einhundertneunundsechzig Taus.